Produkt wird im Garten als gemütliches Element mit Wohlfühlcharakter genutzt. Lesen Sie weiter. Entspricht genau meiner Vorstellung. Haben die Schale extra für Silvester gekauft. Feuer entfacht und zwei Stunden an der Feuerstelle gesessen und genossen, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wirklich schöne Feuerschale, um welche wir uns gerne in den Abendstunden versammeln. Wir haben ein kleines Loch in die Schalenmitte gebohrt, wie vom Hersteller empfohlen, so läuft das Regen- und Schneewasser immer gleich ab. Fazit, tolle Feuerschale, die wir auch Freunden schenken würden. Eine wirklich gut gearbeitete, stabile und formschöne Feuerschale. Selbst das relativ kleine Maß von 60 cm Durchmesser ist völlig ausreichend für ein schönes, heißes, Loder-Indies-Feuer auf der Terrasse. Die Rostoptik ist jetzt nach 2x anfeuern einem eher stählernen Schwarzgewichen, aber auch urig. Die Feuerschale hat unsere Erwartungen übertroffen, da sie sehr massiv und wertig ist und ihren Dienst perfekt erfüllt. Kann man bedenkenlos weiterempfehlen. Vergleichbare Feuerschalen in Gärtnereien haben gut das Doppelte bis Dreifache gekostet, was uns persönlich zu viel war. Standfeste Feuerschale im Rostlook. Prima sind die beiden Griffe für den Transport oder das Anheben der Schale. Die Größe ist für die Nutzung im Garten genau richtig. Es handelte sich um 2 Geschenke. Ich hatte ein Problem bei der ersten Bestellung, da war Monatsrechnung angegeben, ich hatte es erst später gemerkt als die Ablehnung kam. Änderung hat nicht funktioniert und ich musste eine neue Bestellung auslösen, was dazu führte, dass ich 2 Feuerschalen erhielt. Habe ich behalten. Sehr schön. Macht den stabilen Eindruck und fühlt ihre Zweck super. Tolle Feuerschale. Rostoptik toll. Blickfang auch ohne Feuer. Passt super in meinen Garten. Kann ich wirklich empfehlen. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. , wenn ich mich für wurde. Bis zum nächsten Mal.